Ich habe mich ja mit meinem Kumpel unterhalten. Ja? Ja, wir sind dicke Freunde. Was? Auf einen 10-Euro-Schein? Mach! Was? Sie haben aber einen Ton drauf, da muss man mal sagen. Ja? Kein Wunder, dass die Kollegen Sie vom Feuerwehrgerüst runtergeschubst haben. So, was soll ich denn? Nur meinen Namen drauf schauen. Na ja, siehst du. Sie wollen ja nur, dass der 10-Euro-Schein auf einmal 50 Euro wert ist. Uuuh! Genau. So. Bitteschön. Danke. Du bist ein dicker Hund. Wer ist ein dicker Hund? Sie? Da kriege ich auf der Bank noch nicht, wenn er mag drauf. Natürlich kriegen Sie da. Sie sind mir vielleicht einer. Und jetzt laufen Sie den ganzen Tag hier rum und sprechen Leute wie mich, belästigen Leute wie mich. Mach nicht. Mach nicht. Mach nicht. Mach nicht. Mach nicht. Mach nicht.